servus zusammen und willkommen zurück zu der division 2 hier bei mir auf dem kanal wir zocken season 11 und ich chille hier gerade hier am washington monument unter der amerikanischen flacke so dass erst den ersten kontrollpunkt haben wir eingenommen und jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen was zu tun ich habe in der zwischenzeit hier schon mal ein kleines bisschen aufgeräumt aber ich sehe da ist auch noch material gut und ich glaube das nächste ist eine öffentliche hinrichtung die so bei uns auf dem weg liegt die werden wir uns als nächste schnappen also freunde los geht's in der division 2 zocken wir wieder mal ein bisschen und zwar sie sind 11 gut so geht es durch links rum anscheinend öffentliche in richtung 19 meter da sind wir richtig wenn wir krawall haben wollen so jetzt müssen wir schauen links rum oder nicht rechts rum rechts rum war da noch irgendwas was wir gebrauchen können geißel retten es geht schon los oder habe ich mich jetzt ein bisschen schon verlaufen hätte ich da gleich rein sollen so hier gibt es noch ein bisschen uninteressant ich erinnere mich natürlich wäre hier diese stellung mit sicherheit die bessere so schmeißen wir das geschütz hin ich glaube von da rechts kommt irgendwie einer so da ist die geisel unterwegs so hier brauchen wir noch so lange auf der leiter ist kann ich nicht schießen hier hier so noch mehr Nö, das scheint es wohl schon gewesen zu sein. Wir dürfen mit der Geisel reden. Aber erst sammeln wir hier wieder ein bisschen ein. Haben wir irgendwas Interessantes? Hm, nö. So. Nichts, was uns wirklich hilft. Ja. Auch ich grüße. Wunderbar. So. Überfluteter Kontrollpunkt, oder was war das? Das nächste Häkchen ist gemacht. Wo müssen wir als nächstes hin? Ich denke, jetzt wäre wieder ein Kontrollpunkt angesagt. Den Kontrollpunkt da oben, den schnappen wir uns als nächstes. So, da geht es lang. Haben wir da noch irgendwie wichtige... Naja, okay. Da, da, da. So, hier hoch. Es wird dunkel. Senorita. Es wird nacht. So, mal die Artillerie einsammeln. Da wollen wir lang. Irgendwo geht es hier durch. Oh, die Scheinwerfer blenden aber auch. So, hier durch. Gut. Was ist da? Ach so, ja, okay. Uninteressant. Uninteressant. Wir wenden uns dem Kontrollpunkt zu. Ups. Ne, da geht es nicht lang. Oben oder unten? Naja, gehen wir unten. Mal kurz gucken. Ja, ist voll. So, mal einen kurzen Schluck. Um die Stimmbänder zu ölen. Von Feinden bewachter Ort erkannt. So, da vorne ist es, glaube ich. Jep. Ja, da müssen wir noch ein bisschen weiter, weil sonst kriegen wir keine Verstärkung. Aber ich würde mich gerne da. Ist eigentlich relativ gut geschützt. Huch. Ja, wo machen wir? Wo kommt's? Na. Ich sehe ihn geschützt. Oh, ja. Ups. Oh, was ist das? Ah, ja. Oh, 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 oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als wäre ich gleich gut. Tja, das war dann wohl diese große, böse Drohne. Da müssen wir dann wohl ein bisschen besser aufpassen. So, wo können wir neu starten? Hier. Ja, dann ist das doch eben kein Selbstläufer, ne? Muss man ein bisschen besser aufpassen. Aber das kriegen wir hin. So. Gut. Okay. Und wir wollen dahin, zum Kontrollpunkt. Auf ein neues. Ja, wenn's einfach wäre, wäre es Fußball. So, immer schön hier den Weg entlang. Nein, wir machen keinen Rettungseinsatz. Wir möchten gerne den Kontrollpunkt einnehmen. So. Okay. Okay. Oh Mann, 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 Mann. Nee, da kommen wir nicht dran. So, das wäre erledigt. Stellt euch nicht zwischen mir und den Kontrollpunkt. Ja, wer braucht das nicht? Aber ich habe meine eigenen Probleme und die muss ich erstmal lösen. So, da kommen wir jetzt nochmal hin und dann schauen wir mal, was diese Drohne hier macht. Und wir müssen dann mal gucken, wie wir uns da am besten positionieren, damit die uns nicht auf den Sack geht. So. Ja, das sind schon ganz schön böse Buben da. Komm, packe ihn weg. So. So, was haben wir hier noch? Ich über die ganze Zeit, wie diese großen Drohnen wieder heißen, vom Namen her. Nicht Predator. So. So, wo sind denn jetzt noch welche? Ah, da kommt... Oh, 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 oh. Da müssen wir uns jetzt gut überlegen. Wo? Ja, dachte ich mir doch. Hier war dann doch gut. So. So, ein bisschen wir jetzt umsparen. Ja, kommt nicht ums Eck. Da geht's von da. So, dann versuchen wir es nochmal, hier ein bisschen vorzugehen. Ach, nee. Ja, das freut mich. Ach, du Scheiße. Nee, das war wieder nichts. Das war wieder nichts. Dann schauen wir mal, ob es hier einen Officer gibt, der mir helfen kann. So, Hilfe-Ruf. Das dachte ich mir doch. Nee, dann müssen wir das Ganze ein bisschen cleverer und langsamer angehen. Wir haben eine Drohne gestartet. Wir haben eine Drohne gestartet. Na? Ein geschwögel gepanzerter Feind erkannt. Ich bin noch mehr von diesem Zeug. Wir werden abgestiegen. Ach, da oben ist auch was. Deswegen. Reißen, Rocky. Okay. So, da fliegt irgendwo was. Der muss weg. So, da fliegt irgendwo was. So, der ist weg. So, der ist weg. So, der wird weg. So, der ist weg. So, der ist weg. Okay. Na, ich werde doch hier das Fass treffen. Also hier muss irgendwo ein Nest sein. Da kommt immer wieder welche raus. Und meine Munition geht zur Neige. So, liegt hier irgendwo ein bisschen Munition rum. Bisschen mal was einsammeln hier. So, ein bisschen Feuerunterstützung. Naja, das haben wir letztes Mal auch gehabt, dass der Kontrollpunkt angeblich gesichert ist. Und jetzt kommen wieder welche. So, von wo kommen sie denn? Das ist ein guter Plan, sie auszuschalten. Ach du Schande. Ja, erstmal ein bisschen Entdeckung und erstmal ein bisschen heilen. Ach du Schande, da hinten kommen ja auch welche. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ach du Schande. Jetzt sind wir irgendwie im Kreuzfeuer, habe ich so den Eindruck. Ne, da noch rum. Oh, jetzt wird's ganz eng. System reaktiviert. Okay, ich bin sofort da. Gericht ist. Jetzt kommt die Drohne. So, wo springt der Kollege rum? Über mir. Jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Von drei Seiten im Prinzip eingekesselt. Die Drohne ist jetzt auch zerstört. Dann müssen wir mal in die Richtung. Ah, da hinten ist einer. Aber ich weck mir gar nicht. Aber er geht jetzt da vorne rum. Und somit haben wir da ein bisschen. So, da hinten. Ja, laufbares Lauf. So. Wie sieht's aus? Dann gehen wir bitte da oben in die alte Feuerposition. Ja, wer braucht keine Munition. Wie? Auch leer? Ja. Tja, ja, ja, ich muss kurz nachladen. Das sieht eher so aus, als könnte ich überhaupt nicht mehr nachladen. Ich muss mal schauen, dass ich ein bisschen Munition aufsammel. Wo ist eine Munitionskiste? Da drüben. Na? Weil ohne Munition nix los hier, ne? So, wo springen die Kollegen rum? Wo haben die sich jetzt verschanzt? Wo ist das? Okay, da müssen wir uns immer auf einen konzentrieren müssen. Jetzt ist hinter mir schon wieder einer. So, wo ist der Kollege? Auch der da, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also erstmal den hier wegräumen. Wie der Rücken frei wird. Aber wir könnten das Geschütz da oben hinbauen. Ne. Dann kann uns das ein bisschen den Rücken freihalten. Oh Mann. Oh ja, lauf, lauf, lauf. Ich fasse es nicht. Hat er mich tatsächlich getroffen? Oh ne. Gleich weg hier. Mit was schießt der Kollege? So, da drüben ist auch einer. Die Drohne hat uns zerfascht. Festnageln. Festnageln. Ist das der Kollege mit den Granaten? Der geht mir jetzt aber auch ein bisschen auf den Sack. Oh Mann. Das nimmt ja kein Ende. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das geht. Was ist das? Oh, so vieles im Leben kann schlecht sein. Okay, der ist auch weg. Müssen wir schauen, wie wir... Oh, lauf rum. So. Jetzt müssen wir schauen, wie wir mit ihm hier noch zurechtkommen. Ja, das war so ein bisschen die Idee. So, dass hier rechts neben mir ein kleiner Kanister steht, ist natürlich jetzt auch nicht so gut. Komm, komm raus. Lass uns reden. Boah, das zieht sich hier. Na, also geht doch. Boah. Leute, Leute, Leute. Also, da muss ich schon sagen. Ja, Vorratsraum freigeschaltet. Wer möchte das nicht? So, also, ich muss schon sagen. Also, das scheint jetzt hier ein bisschen eine härtere Nuss zu werden. Aber so ist auch recht. Soll ja auch so sein, ne? Okay, ich an der Stelle darf mich recht herzlich bei euch wieder mal bedanken fürs Zusehen. Ich sage Dankeschön. Und wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir hier The Division 2 Season 11 spielen. und uns langsam aber sicher dann vorarbeiten bis zum Hauptboss. Aber ihr merkt schon, das wird eine zähe Sache. Also, bis dann. Ich danke recht. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.